Ich kam nach Chile vor ungefähr vier Monaten und es ist mein Land geworden. Aber was dieses Land braucht, ist Solidarität. Benzedemos! Hey! Gebt mir die Kamera! Ihr gehört jetzt mir! Ich liebe dich. Hallo? Was? Es gab einen Militärputsch. Wir müssen weg! Und wo sollen wir hin? Keine Ahnung! Wisst ihr, wo ich's? In einem Lager im Süden. Komplett von der Außenwelt abgestimmt. Und wie heißt das? Colonia Dignitat. Das ist eine Art Sekte. Der Anführer heißt Paul Schäfer und hat eine Welt nach seinen Regeln geschaffen. Mitten im Nirgendwo. Und wenn ich da hingehe? Würde ich an Ihrer Stelle nicht. Vielleicht kommen Sie dann nie wieder raus. Komm rein. Unser Leben hier ist hart und demütig. Wenn du dich uns anschließt, musst du bleiben. So dienst du also dem Herrn? Nein! Du hast bestimmt einen Freund. Jemand, der dich liebt. Nein. Ich hab' dich aufgenommen wie eine Tochter. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Los, Maus! Du denkst, dass es ein Fehler war, dass du nicht hättest herkommen sollen. Du bereust. Du bist auch. Du denkst, dass du bist.